Musik Ganz nah am S-Bahnhof Zehlendorf, das Zeughaus. Hier gibt es Kleidung von Anna Butzi, einem Label aus dem Berliner Südwesten, das in der Region produziert und nur edle Naturmaterialien verwendet. Musik Guten Tag, guten Tag. Könnt ihr euch mal schauen? Gerne. Sehr gerne. Vegane Schuhe von San Miguel, einem mexikanischen Familienunternehmen. Wir kommen aus Mexiko, aus einem Familienunternehmen. Die Schuhe lassen sich gut mit Anna Butzi kombinieren. Sie haben ja schöne Farben. Musik Die Schuhe lassen sich gut mit Anna Butzi. 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 Außerdem Pullover von die Strickerei. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020